Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Joko und Klaas, 10 Fakten über das TV-Duo. Sie amüsieren ihre Fans schon seit Jahren, doch von den meisten Fakten wusste bisher niemand. Joko Winterscheid und sein Kumpel Klaas-Häufer-Umlauf amüsieren schon seit einigen Jahren ihre Fans. Formate wie Aushalten nicht lachen und Wenn nicht du wäre, treffen genau den Humor, für den ihre Zuschauer sie so lieben. Doch obwohl sie beinahe täglich im TV oder im Netz stattfinden, wissen die meisten nur wenig über die beiden Entertainer, zum Beispiel diese 10 Fakten zu diesem TV-Duet. Fakt Nummer 1. Ausbildung. Joko absolvierte zunächst eine Ausbildung als Werbekaufmann, die er allerdings abbrach. Nachdem er nicht zur Pilotenausbildung zugelassen wurde, begann er in Hamburg ein Praktikum bei einer TV-Produktionsfirma. Dort stieg er über ein Volontariat zu einem festangestellten Redakteur auf und arbeitete unter anderem für Vox, RTL, Arte, ProSieben und MTV. Klaas absolvierte vor seiner TV-Karriere eine Ausbildung als Friseur. Fakt Nummer 2. Sie teilten sich schon früh ein Büro. Vor ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit als TV-Duo teilten sich die ProSieben-Stars bereits ein Büro. Damals moderierte Klaas Häufer-Umlaut noch die Sendung Viva Live und Joko die MTV-Show TRL. Fakt Nummer 3. Sozial engagiert. Joko und Klaas nutzen ihre große Popularität auch, um gesellschaftliche Themen sowie Probleme öffentlich anzusprechen. Ende 2015 bezogen die beiden beispielsweise mit einem YouTube-Video und dem Hashtag Mundaufmachen Stellung gegenüber Fremdenhass in Deutschland. Hintergrund waren rassistische Kommentare und Übergriffe gegen Flüchtlingsunterkünfte. Außerdem engagieren sich beide für iChange, eine Kampagne vom Bundesverband für Alphabetisierung und Grundausbildung, die sich für das Erlernen von Lesen und Schreiben stark macht. Fakt Nummer 4. Shitstorm. Trotz ihres immensen Erfolgs ernteten die beiden hin und wieder einen Shitstorm, wegen ihres speziellen Humors. So geschehen zum Beispiel im Sommer 2015, als die beiden in einem Limonaden-Werbeclip einen Mentors-Werbespot mit Mats Hummels und Kevin Großkreutz parodierten. Aber anstelle sich zu der Sache zu äußern, legten die beiden noch einen drauf und gaben eine Fake-Pressekonferenz, bei der sie sich für das Plagiat entschuldigten. Typisch für die beiden Entertainer, aber genau das macht die beiden so beliebt. Fakt Nummer 5. Jokos Musikkarriere. Im Zuge der MTV-Sendung MTV Home nahm Joko 2009 unter dem Pseudonym MC Joko mit der deutschen Hip-Hop-Band K.E.Z. einen Song namens Du kannst Joko nicht anfassen auf, in dem sich der Moderator als Gangster-Rapper probierte. Fakt Nummer 6. Klaas Musik und Schauspielkarriere. Etwas ernsthaftere Ambitionen hat dagegen Klaas. 2013 gründete er mit Marc, bekannt aus Wir sind Helden, die Band Gloria. 2013 belegte die Band bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest den 9. Platz. Klaas ist jedoch nicht nur Moderator und Musiker, er übte sich außerdem bereits in der Schauspielkunst. In der Vergangenheit war er zum Beispiel in der RTL-Serie Alle lieben Jimmy oder in dem Kinofilm Großstadt Klein zu sehen. Fakt Nummer 7. Werbeverträge. Durch ihre große Beliebtheit, vor allem beim jungen Publikum, ergattern Klaas und Joko immer wieder Werbeverträge. Neben Granini warben sie bereits für Apple oder die Sparkasse. Außerdem stand Joko für McDonalds vor der Kamera. Fakt Nummer 8. Jugendsünden. Klaas gehört offenbar zu den unartigen Kindern. Wie er einmal verriet, hat der junge Häufer Umlauf nicht nur Hundehaufen angezündet, sondern auch Blumen ausgegraben, um diese dann wieder zu verkaufen. Er hatte schon früh einen Geschäftssinn entwickelt. Fakt Nummer 9. Jokos Nebenjob. Joko gründete 2009 mit seinem guten Kumpel Matthias Schweighüfer, Designer Kilian Kerner und Musikproduzent Sebastian Radlmeier das Modelabel German Germain. Fakt Nummer 10. Privatleben. Klaas Häufer Umlauf ist mit der österreichischen Moderatorin Doris Golpersin liiert. Am 14. April 2013 wurde das erste Kind des Paares geboren. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Und lasst es mich vor allem wissen, welchen Fakt ihr den krassesten fand. Ich fand auf jeden Fall den Fakt Nummer 2 den krassesten. Schreibt immer in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.